Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ja, ich bin heute auf einem ganz anderen Account, nämlich Nicolette Silent Force. Und ganz ehrlich, dieser Account ist total in Vergessenheit geraten. Der wurde 2015 erstellt und ich glaube wirklich weiter aktiv bereich dann nicht mehr, als wie da steht im Oktober, genau. Und ja, seitdem wurde der Account nicht angerührt und er existiert immer noch. Glückwunsch. Ach aber, kommen wir jetzt erstmal darauf zurück, was mache ich hier? Dieser Account hat drei Pferde, wie ihr sehen könnt, und ist nicht Star Rider. Aber ich habe mir gestern so überlegt, beim Stream, wir haben ja die 400 Abonnenten erreicht, dafür nochmal viel, viel, vielen Dank. Ohne euch ist das ja nicht möglich. Möchte ich jetzt mal wieder langsam was, also was heißt wieder, also ich möchte langsam mal was zurückgeben, weil ich es mit meinem richtigen Abo-Special, was ich geplant habe, nicht schaffe. Deswegen verlose ich diesen Account. Jedoch ist ein Account ohne Star Rider ein bisschen zu langweilig. Deswegen hat SSO ja so gar nicht diese Aktion rausgehauen. Von wegen, kauf einen Monat und krieg einen Gratis-Monat dazu. Und da habe ich mir gedacht, okay, bevor du den Account dann der Gewinnerin oder dem Gewinner abgibst, werde ich einfach diesen Account quasi mit zwei Monaten Star Rider machen. Ja. Viel gibt es da jetzt nichts zu sagen, denke ich. Nicht zu sagen, meine ich. Außer, dass ihr halt natürlich logischerweise Abonnent meines Kanals sein müsst. Alles andere wäre ja natürlich Unfug. Ihr müsst einen Kommentar schreiben. Aber es würde einfach nur reichen, dass ihr halt an der Verlosung mit teilnehmen möchtet. Und ihr müsstet mir vielleicht dazu schreiben, ob ihr Instagram habt und wie ihr da heißt, damit ich euch eben da anschreiben kann, weil das ja eben Daten sind, die ich euch dann weitergebe. So. Genau. Bevor jetzt einer kommt, ja, aber du kannst ja auf die E-Mail zurückgreifen. Ja, kann ich. Die Person kann aber, weil ich weiß, dass das genau dasselbe Passwort ist für den Account wie für die E-Mail. Kann sie eigenständig ändern. Und sollte ich dann so einen Bestätigungslink bekommen, werde ich den natürlich annehmen. Damit das halt eben alles fair läuft. Und außerdem, was will ich denn mit dem Account, wenn der sowieso in Vergessenheit geraten ist. Ähm, ja. Der Account ist aktuell auf Strawberry Kingdom. Und hat keinen Club, wie man sehen kann. Aber ihr könnt da ja beliebig wechseln. Und was weiß ich nicht, könnt euch ja austoben. Genau. Ich habe mir dann jetzt auch überlegt, wenn ihr da jetzt alle an der Verlosung teilnehmt, wie gestalten wir das Ganze. Denn ich weiß jetzt nicht, wie krass viele haben da Bock drauf. Und wenn da jetzt nicht so viele Bock drauf haben oder, ähm, ja, halt auf dem Account nicht so Bock drauf haben, mache ich die Verlosung bis Dienstag. Das ist dann aber natürlich das Problem, weil da ist ja das Angebot von SSO, glaube ich, vorbei. Das geht ja nur bis zum 17. Und ich habe mir dann gedacht, okay, du kaufst, ähm, am Montagmorgen, beziehungsweise in deiner Pause, dann kaufst du den Account als Starrider, damit eben so wenig wie möglich Zeit davon verschwenden wird. Außer es ist, wie gesagt, so viel los. Können wir hier gleich mal ein paar Flaschen mitnehmen. Ähm, dass ich dann sage, okay, die Kommentare reichen aus, dass ich das verlosen kann. Und dann wird das schon am Sonntagabends verlost. Und dann wird das am Abend auch gekauft. Ja, ihr braucht irgendwas, wo ich euch, wie gesagt, erreichen kann. Instagram, Discord, Facebook, was auch immer. Sucht es euch aus. Und jetzt zeige ich euch noch ganz kurz, wie ich denn diese Verlosung gestalte. Und zwar habe ich das hier schon mal ausprobiert. Dankeschön. Ich habe hier ein YouTube-Video von mir genommen, habe mir die Kommentare anzeigen lassen, wie viele das sind. Und dann habe ich hier auf Start gedrückt. Und dann hat er mir die Deborah rausgesucht. Das bedeutet, ich werde das über diese Maschine machen. Und der sagt mir dann, wer den Account gewonnen hat. Deswegen ist es sehr wichtig, wenn ihr daran teilnehmt, dass ihr einen Kommentar schreibt. Genau. Wie gesagt, es reicht, wenn ihr einfach nur schreibt, ihr möchtet teilnehmen und schreibt dann Instagram, Discord, Facebook, was auch immer dazu. Discord wäre vielleicht ein bisschen blöd. Deswegen Instagram oder sowas. Und ja, dann läuft das über diese Maschine hier. Ich wünsche euch allen ganz, ganz, ganz viel Glück. Ich hoffe, die Verlosung kommt irgendwie gut an oder dass das okay für euch ist, weil ich halt meine aktuelle Abbruch-Special-Dings halt nicht schaffe. Und ja, ich hoffe, es ist nicht schlimm. Und ich hoffe, es ist nicht so im Mainstream, so wie es jeder macht mit dem Verlosen. Eigentlich verlosen sie ja alle Star-Coins und ich mache mal einen ganzen Account mit Star-Rider. Ist vielleicht doch ein bisschen was anderes, sich von der Masse abzuheben. Würde ich jetzt sagen. Keine Ahnung. Dann, ich wünsche euch viel, viel, viel Glück. Danke nochmal an alle, durch die es möglich ist, 400 Abonnenten erreicht zu haben. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis bald.